Was geht, YouTube? Ich nehme heute meinen ersten Vlog auf, ich gehe gleich zu dem Rohart, ich hole den ab, dann fahren wir zusammen nach Düsseldorf zum Suria-Shooting und wir gehen heute noch zu dem nächsten Dönerladen und werden den Zugschut-Döner testen. Wir sind jetzt unterwegs nach Düsseldorf, fahren noch zwei Stunden oder so, wir sind gerade an einem Rastplatz und haben uns Wasser geholt. Oh ne, oh ne, oh ne. Dein erster Vlog, ne? Erster Vlog. Die Zeiten haben sich geändert, jetzt muss ich einfach für Kato vloggen. Also noch ein Funfact, ne? Kato kann kein Navi lesen. Er ist einfach zu dumm. Wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen, die Jungs sind auch schon da. Es geht ab, Leute, es geht ab. Niemals, Kato am Vloggen, dass ich das mal sehe, ist der Wahnsinn, ernst. Guck mal, wie klein das Handy in seinem Handy, äh, das Handy in seiner Hand ist. Ja, ja, das ist wie bei Shaquille O'Neal, kennst du sie so, wo der so eine Wasserflasche hält, genau so. Kato, es geht. Safe. Das ist Ima. Ich habe gegen Ima im 100 Euro Best of FIFA gespielt. Du bist ganz klar verloren, oder? Soll ich jetzt sagen? Ich habe verloren, ja. Sollen wir machen, Bubi. Wir sind jetzt beim Shooting. Wohl damit gearbeitet, damit geshootet. Vorne ist Kari. Ein Brand-Owner. Hier ist Pat. Der zweite Brand-Owner. Ich habe mich erschrocken, Bruder. Ey, dieses Handy sieht so klein aus in deiner Hand, ne? Ja, klar. Und hier ist Yoshi. Hier werden jetzt die TikToks gedreht für die Soir-Seite. Hier ist einmal der Hoodie. Und hier ist noch einmal das I love you, I hate you, Tee. 12. November, Leute. Kopfball. Hier ist Sali, der dreht die TikToks für die Seite. Sali ist froh. Das geht. Das machen wir jetzt raus. Danke. So, so, so. Und hier ist auch noch einmal das Sosa-Tee. Ich sag echt, das ist das härteste aus der Kollektion. Das ist übrigens krass. Real Talk. Über diese ganzen Details. Hier mit Sosa drauf, dann das Auto von Godsfamilie. Warte, ich sag mal, wie das klingen kannst. Das ist schon sehr gut. Das ist auf. Sehr, sehr cool. Wie läuft Shooting bis jetzt? Boah, 10 von 10. Ja, ein bisschen stressig, aber wir machen ganz schön. Wir machen alles. So sieht das Ganze jetzt aus beim Shooting. Die ganze Wand wurde eben bezeichnet. Dieses Pad. Mit deinem kleinen Handy in deiner riesigen Hand. Wo stehst du da? Das ist Uma. Ja, er denkt ernsthaft, er könnte einen Boxkampf gegen mich gewinnen. Oh, es geht schnell. Du lügst. Nimm das Sosa drauf. Guck mal, wie der filmt. Der ist nicht glücklich. Oh mein Gott. Wieder hier stehen. Das war's. Viel zu langer Gewalt. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Tun sich, bitte. Krass. Bist du krank? Bruder, du hast keine Ahnung. Schon wieder, Bruder. Nein, Bruder, du bist krank. Was für Tunfisch-Pitze? Bruder. Tunfisch, Baba. Aber du bist gegen Fisch, Bruder. Der ist wie Padweg. Toter Typ. Wegen Fisch hab ich meine Hand gefickt. Du hast deine Hand gefickt, weil du ein Schisser bist. Bruder. Einfach weg. Wir machen hier noch so viel Pizza. Ja, echt gut gemacht. Wallah, Wallah. Zeichnung ist krass. So der da hinten alleine sagt. Ich weiß nicht ganz, ja. Wie vertief der auch ist, ne? Warte, wir gucken nicht mal mit, dass wir über den reden. Ne, gar nichts. Wahnsinn. Wahnsinn, Typ. Hier wird fleißig geshootet. Die Cargo ist schon immer nice. Und konnte der Cargo wirklich das I Love You I Hate Duty an? Zieh das schon mal an. Das hier sind die einzelnen Pieces der Kollektion, die gedroppt wird. Einmal das Sosa, die ist wirklich sehr stark. Dann haben wir hier noch das I Love You I Hate Duty. Einmal die Cargo mit sehr nicem Detail, eine Maske, den Hoodie, passend dazu die Jogger, also so Tracksuit mäßig. Und die Kette. Sehr nicee Kollektion. Checkt die Jungs von zu ihr ab. So Freunde, Shooting ist jetzt over. War ein starkes Shooting. Wir gehen gleich noch was essen. Dann nehme ich euch noch mit, Freunde, und dann sehen wir uns. Wir sind jetzt bei einem Nebenladen. Sucuk Chill. Ich bin gespannt, Bruder. Salat, Zwiebel, Tomaten. Das hier ist gut. Wir haben fertig gegessen. Der Döner ist auf jeden Fall stark. Ich gebe den ganzen hier 8 bis 8,5 würde ich sagen. Was gibst du dem Döner? 8 von 10, Bruder. 7 von 10, Bruder. Oder das? 9 von 10, Bruder. 7 von 5. 7 von 5. 7. Aufgestanden. Wir treffen gleich die Jungs, Pat und Karim. Dann gehen wir was essen, und der Wichser ist auch mit mir. Dinger, weißt du wie du vloggst? Wie? Du machst so Auslandsjahr, und willst du deiner Mutter Videos schicken, also Updates von deinem Leben. Ich komme da noch rein. Guck, wir stehen am Land zufällig in irgendeinem GameStop, und erholt sich jetzt der DAP-Gags. Estes ist jetzt da. Die Jungs sind auch alle da. Pat, Karim, Ima, Boom, und der Wichser. Wir gehen rein. Es geht. Wir sind hier jetzt noch kurz in einem Kostümladen. Bei diesem Wichser sich noch ein paar Sachen überlegt, was er so in seinem Stream machen kann. Hier gibt es auf jeden Fall vier Stuff, wo man so rum mit man Sachen machen kann. Also der Laden ist auch echt riesig. Ey, wo ist so Arzt-Sachen, Wecker? So, Leute, wir verabschieden uns jetzt von den Jungs. Danach fahren wir wieder nach Hause. Hau rein, Bro. Hau rein, Bro. Wie will du das? Hau rein, Bro. Hau rein, Bro. Wir hören uns, ja. Hau rein. Hau rein, Brody. Eine authentische Farbe. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, ein Kommentar, was ihr auf YouTube sehen wollt, wie euch der Vlog gefallen hat. Ich weiß, es ist ein bisschen durcheinander, und so ist mein erster Vlog. Ich versuche auf jeden Fall, das das nächste Mal besser zu machen. Und checkt die Jungs von Tourier ab. Es ist alles in der Videobeschreibung drin. Das ist alles in der Videobeschreibung.